Abendstimmung im badischen Moosbach. Der Marktplatz umrahmt vom Rathaus, schmucken Fachwerkhäusern und der altehrwürdigen Stiftskirche. Bis in den April hinein bietet diese alte Kirche jungen Menschen etwas ganz Besonderes. Der Kirchenraum wurde umgestaltet zu einer Kletterkirche. Es passt sehr gut zusammen. Kirchen sind in der Regel hoch. Also wenn man reinkommt, hat man schon mal einen Eindruck von Höhe und Höhe ruft. Er ruft ja danach, erklettert und erklommen zu werden. Und die Frage ist natürlich, wie kriegt man das hin? Wir machen das so. Und die Metaphern, die sich da aufdrängen, sind ja auch durchaus auch mit Kirche in Verbindung zu bringen. Also die Frage nach Mut auf der einen Seite, Ermutigung auf der anderen, nach Vertrauen suchen finden und Vertrauen geben, nach Halt suchen, Halt finden oder auch Halt geben. Das sind ja alles Metaphern, die viel auch in unserem Glauben eine Rolle spielen, in der Bibel auch immer wieder vorkommen. Natürlich mit anderen Worten, aber in der Erfahrung des Menschen ist es sehr da. Am heutigen Mittwochabend sind gleich zwei Konfirmandengruppen aus dem Neckar-Odenwald-Kreis zu Besuch. Sie finden es toll, dass die Kirche hier jungen Menschen so ein ganz anderes gemeinschaftliches Angebot macht. Es passt vor allem für die Gemeinschaft. Man lernt auch, sich aufeinander auch zu verlassen. Daher eben einer einen sichert und der andere sich auf den eben vertrauen muss und sich auf ihn verlassen muss. Ich glaube, das ist so ein bisschen gemeint, dass die Kirche dir Halt gibt und ein sicherer Ort sein soll. Dass man sich aufeinander verlassen kann und den anderen auch vertrauen kann. Die Idee zur Kletterkirche kam Landesjugendreferent Detlef Hoppenstock beim Besuch eines Kaufhauses, als er dort ein riesiges Klettergerüst mitten in der Halle entdeckte. Für den Erlebnispädagogen ist es die dritte Kletterkirche nach Bretten und Laar in den zurückliegenden Jahren. Also es war so eine Initialzündung. Ich habe ein ähnliches Gerüst in einer Einkaufsmeile gesehen. Das war so eine Mall und da war so ein Gerüst aufgebaut und da konnte man gegen Geld irgendwie durchklettern. So ähnlich wie in einem Kletterpark. Und irgendwie hatte ich so die Idee, was lässt sich daraus vielleicht für Jugendarbeit machen. Jetzt haben wir ja Klettergärten, Seilgärten und sowas haben wir ja draußen, aber drinnen hat man bis dahin nicht unbedingt was. Und ich hatte so die Frage, lässt sich sowas irgendwie nutzen, auch kirchlich nutzen. Und dann war ich mit einem Kollegen zusammen im Rahmen der Tagung vom Seilgartenverband zusammen, der auch Pädagoge ist und auch Techniker, und habe mit dem bei einem Bier geklönt. Und dann kam irgendwie die Idee raus, man könnte doch mit so einem Gerüst irgendwie was auch bauen. Zunächst werden die Konfirmandinnen und Konfirmanden gründlich geschult. Die Sicherheit steht über allem. Dann dürfen die erst mit Helm und Klettergurt den fast acht Meter hohen Kubus ersteigen. Zunächst auf der Strickleiter, dann auf der Himmelsleiter, hinauf zum Lianengang. Einer klettert, einer sichert. Dann wird gewechselt. Man muss sich aufeinander verlassen können, wie im richtigen Leben. Also ich war am Anfang so ein bisschen skeptisch, ob das auch irgendwie so alles hält und alles wegen dem Gerüst. Aber als man oben war und die anderen gesehen hat, hat man eigentlich gemerkt, dass es eigentlich doch ganz spaßig ist und auch ein cooles Job. Ja, also man sollte auf jeden Fall nicht unterschätzen. Es sieht zwar nicht so hoch aus, aber wenn man mal oben ist, ist es doch schon sehr hoch. Und ich hatte auch tatsächlich sehr zittrige Beine und hatte auch kurzzeitig ein schummriges Gefühl. Pfarrerin Ista Faust aus Neckar-Gierach war begeistert. Als sie vom Angebot der Kletterkirche hörte, hatte doch Corona eine Konfirmandenfreizeit unmöglich gemacht. Corona-bedingt gibt es im Moment kaum Möglichkeiten, ohne dass wieder kurzfristig was abgesagt wird, etwas zu unternehmen mit den Konfis. Wir haben keine, das bedauere ich sehr, keine Konfirmandenfreizeit machen können. Und als ich davon gehört habe, habe ich sofort zugegriffen, habe für die Konfirmanden werbend, war ich unterwegs, was diese Kletterkirche betrifft, weil ich der Meinung bin, sie brauchen einen Halt, sie brauchen eine Gemeinschaft. Und das geht zwar auch bedingt, wenn man sich wöchentlich trifft, gemeinsam unterwegs zu sein, ist allerdings durch so ein Erlebnis Kletterkirche nochmal was ganz anderes Gemeinschaftsverbindendes. Die Stiftskirche ist übrigens schon öfters ein Ort interessanter baulicher Veränderungen gewesen. So trennt seit mehr als 300 Jahren eine große Mauer die Kirche in zwei Hälften, hinten evangelisch und vorne katholisch. Simultankirche nennt man so etwas. Doch 2008 wurde die Mauer auf einmal durchlässig. Ja, wir stehen hier vor der Ökumene-Tür, die den evangelischen Kirchraum mit unseren katholischen Geschwistern hier drüben verbindet. Und die Tür wurde 2008 eingebaut zum 300. Jubiläum des Mauerbaus. Mauer ist ja erstmal nicht so schön, trennt unseren evangelischen und katholischen Teil, seit der Kurfürst das so angeordnet hatte. Aber eben seit 2008 verbindet uns hier diese Tür miteinander. Und auch ein Team junger Menschen aus der Moosbacher Kirchengemeinde engagiert sich in der Kletterkirche. Zum Beispiel Jannik, der auf der Burg Hornberg arbeitet. Für die Jugendarbeit in der Kirche gibt ihm sein Chef extra frei. Also ich bin Jannik, bin 21 und ich bin Mitarbeiter hier in der Kletterkirche und betreue das Sichern. Und falls eine Person oben keine Lust mehr hat und oben festklemmt, habe ich die Retterausbildung gemacht, dass ich als Retter hochgehe. Die Moosbacher Kirche hat sich den Jugendlichen mit einem weiten Raum und offenen Türen präsentiert. Sie erlebten Kirche ganz anders. Bleibt zu hoffen, dass sie auch in ihrem Leben von der Kirche und dem Glauben getragen werden, auch ohne Gerüst.